An den Tagen vor einem wichtigen Wettkampf ist immer eine besondere Anspannung in der Luft. Man hat natürlich extrem hart darauf hingearbeitet und will zeigen, was in einem steckt. Man ist sehr aufgeregt und es kann auch vorkommen, dass man ein bisschen an sich selbst zweifelt. Der Druck kann schon ein bisschen einschüchternd sein, aber gleichzeitig motiviert er auch sehr. Ich konzentriere mich dann nur darauf, am Tag X wirklich 100% meiner Leistung abrufen zu können. Und ich glaube, die Windstärke, dieser Unbreakable Spirit, macht einen Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Mein Name ist Jakob Schubert und um meine Ziele erreichen zu können, muss ich Unbreakable sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.